Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem neuen Forza Horizon 5 Update Video. Wir stehen kurz vor Beginn der Serie 2 und die steht unter dem Motto Feiertags Spezial. Ihr seht es, alles dreht sich um die Weihnachtszeit. Unter anderem könnt ihr hier einen Lebkuchenmann als Outfit freischalten und es gibt auch ein Santa Outfit. Also auch an die Kleidung ist gedacht, doch nicht nur das, es gibt natürlich auch neue Fahrzeuge. Dazu gehört der Lamborghini Aventador SVJ, den sich viele schon seit Forza Horizon 4 Zeiten wünschen. Jetzt kommt er ins Spiel, ihr seht aber, die Bedingung lautet 200 Punkte zu sammeln in der nächsten Serie, um dieses Fahrzeug freizuschalten. Das setzt natürlich also regelmäßiges Spielen voraus und einige Punkte, die ihr im Verlauf der einzelnen Wochen sammeln müsst, um an das Fahrzeug ranzukommen. Aber es bedingt auch eben etwas ganz Wichtiges und zwar, dass das Spiel überhaupt flüssig funktioniert und eben nicht so viele Fehler hat, wie es derzeit der Fall ist. Und da muss ich mal auf einen Punkt eingehen, der jetzt viele gestört hat, denn das letzte Update hat eben nicht nur zahlreiche Verbesserungen für das Spiel gebracht, sondern zugleich auch neue Bugs geliefert. Und die sind teilweise so schwerwiegend, dass einige von euch das Spiel überhaupt nicht mehr richtig spielen können. Das hat aber Playground Games zu Beginn des Streams adressiert und ich kann euch hier schon mal die Info weitergeben, dass man trotz der Weihnachtszeit und allem, was jetzt bevorsteht, mit Hochdruck daran arbeitet, diese Fehler so schnell wie möglich zu beheben. Und man hofft, in den nächsten Tagen auch dort ein Rollout zu starten für einen aktuellen Patch, der die schwerwiegenden Fehler nach dem letzten Update wieder beseitigt. Lasst uns an der Stelle also einfach hoffen und die Daumen drücken, dass das alles funktioniert und wir gut in die nächste Serie starten können. Wir schauen als nächstes auf die rechte Seite des Screens in das Feld Horizon Secret Santa. Das beinhaltet zwei besondere Belohnungen in der Serie 2. Einmal das Santa Outfit, das man hier freischalten kann und rechts daneben ein geheimes Secret Car, also ein Mystery Fahrzeug, das dann freigeschaltet wird, wenn global genügend Geschenke verschenkt worden sind. Das heißt also, nicht ihr alleine könnt hier den Fortschritt auf diesem Balken oberhalb der beiden Preise sammeln, sondern das macht man global mit allen anderen Spielern auf der Welt zusammen. Das Ganze funktioniert folgendermaßen, ihr kauft entweder Fahrzeuge aus dem Forza and Shop und schenkt diese dann an Spieler. Diese Funktion, die gibt es direkt im Forza and Shop, das zeige ich euch gleich noch einmal im Detail. Oder ihr verschenkt eben irgendwelche Fahrzeuge aus eurem Fuhrpark, so wie ihr das klassischerweise kennt, als Gift Drops, die dann in den Scheunen landen bei anderen Spielern. Und dort gefunden werden können. Beide Möglichkeiten, die funktionieren, um hier Fortschritt zu sammeln. Der globale Fortschritt zählt allerdings, um das Santa Outfit und eben das Mystery Car freizuschalten. Übrigens, dieses wird höchstwahrscheinlich der PLP50 sein, der im Stream bereits gezeigt wurde. Schauen wir uns also als nächstes noch einmal im Detail an, wie das Geschenke Feature eigentlich aus dem Forza and Shop funktioniert. Ihr könnt jedes beliebige Fahrzeug, das hier im Forza and Shop zu kaufen ist, entweder für euch selbst kaufen oder als Geschenk für einen anderen Spieler. Kauft ihr es als Geschenk, dann bleibt euch die Auswahl, es irgendeinem Spieler zu schenken oder einem konkreten Spieler aus eurer Freundesliste, was ein neues Feature ist und hoffentlich etwas länger bleibt als nur über die Weihnachtszeit. Dann wird dieses Fahrzeug als Geschenkbox verfügbar sein, durch die der empfangende Spieler hindurchfahren muss. Ihr seht hier die Geschenkbox vor dem Fahrzeug gerade eingeblendet und zwar im Horizon Wonderland. Was ist nun also das Horizon Wonderland? Das ist ein speziell dekorierter Bereich, der sozusagen als Festival-Fundort stattfindet. Hier kann man verschiedene Gesammelobjekte umfahren, aber natürlich auch eben, wie ihr jetzt eben sehen konntet, Geschenke einsammeln, die ihr von anderen Spielern erhaltet. Schauen wir uns als nächstes mal die einzelnen Jahreszeiten an und natürlich geht es hier los mit der Regensaison im Sommer ab Donnerstag. Hier gibt es ein neues Fahrzeug, das ihr freischalten könnt bei 45 Punkten und zwar den Maserati 8 CTF. Weiter geht es dann im Herbst oder der Sturmsaison. Hier gibt es kein neues Fahrzeug freizuschalten, außer natürlich für die CarPass-Besitzer, die jede Woche ein neues Fahrzeug bekommen. Aber es lohnt sich trotzdem hier Punkte zu sammeln, denn ihr kommt natürlich dem Lamborghini Aventador SVJ mit jedem Punkt ein Stückchen näher. Im Winter oder der Trockensaison bekommt ihr dann den Ferrari 599 GTO. Ebenfalls ein neues Fahrzeug in Forza Horizon 5, aber durchaus einigen aus den Vorgängerteilen bekannt. Den Wagen gibt es bei 25 Punkten und dann zum Abschluss im Frühling oder der Hitzesaison in mexikanischen Verhältnissen gibt es den Lamborghini Aventador Spider Performante bei 25 Punkten und den Peel Trident bei 45 Punkten. Beide Fahrzeuge sind neu für Forza Horizon 5. Werfen wir als nächstes einen detaillierten Blick auf die einzelnen Kostüme, die wir in den nächsten Wochen freischalten können. Darunter auch ein Schneemannanzug und ein Elfenkostüm. Wichtig an der Stelle, es gibt teilweise separat freizuschaltende Kopfbedeckungen und deshalb solltet ihr natürlich die Augen offen halten, damit ihr nichts dieser Kleidungsitems hier verpasst, insofern ihr diese haben möchtet. Wie immer werde ich natürlich auch hier für dich in der jeweiligen Forza Woche noch einmal zeigen, wie du alles freischaltest, somit verpasst du natürlich nichts, daher lohnt es sich natürlich auch den Kanal zu abonnieren, falls du das nicht schon längst getan hast. Nochmal ganz cool hier, es gibt auch eine kleine Alternative beim Schneemannanzug, du kannst dich entscheiden zwischen einem glücklichen Schneemannkopf und einem traurigen, also hier auch nochmal ein klein wenig Abwechslung im Kostüm. Abschließend aber auch nochmal hier zur Vervollständigung der Santa Head, dann gibt es auch nochmal einen Elfenhut und natürlich nochmal ein Rentiergeweih. Das sind alle neuen Kleidungsitems in der nächsten Serie. Kommen wir als nächstes zur Serie 3, denn auch hier sind jetzt bereits alle Inhalte bekannt und wir gehen sie Saison für Saison durch. Starten werden wir hier mit dem Serienfortschritt, da gibt es bei 120 Punkten den Zenvo ST1, ja nicht TS1 wie es hier steht, sondern der ST1 ist das. Dann ergibt es den Ford Mustang aus 1971, das ist der Mach 1 bei 200 Punkten und jetzt schauen wir mal auf die einzelnen Jahreszeiten. Wir starten mit dem Sommer oder in mexikanischen Verhältnissen der Regensaison. Der Ferrari 488 GTB ist hier kein neues Fahrzeug, den bekommt ihr bei 25 Punkten, neu ist dagegen aber der Toyota Celica aus 2003, den ihr bei 45 Punkten kriegt. Im Herbst gibt es dann zwei neue Fahrzeuge für den Fortschritt, einmal den Donker Ford D8 GTO und den Toyota Arctic Truck 37, den gibt es erst bei 45 Punkten. Doch nicht nur der Toyota Arctic Truck, sondern auch der Nachfolger, der unter anderem auch als Top Gear bekannt ist, kommt hier zurück ins Spiel, denn den gibt es nämlich bei 45 Punkten im Winter freizuschalten, namentlich der Toyota AT38. Dann gibt es zuletzt im Frühling gleich wieder zwei zurückkehrende und damit neu in Forza Horizon 5 erscheinende Fahrzeuge, den Jaguar XKRS GT aus 2015 und den Lotus Vauxhall Carlton für 45 Punkte, den es hier aus dem Baujahr 1990 freizuschalten gibt. Um es der Vollständigkeit halber erwähnt zu haben, es gibt übrigens auch in der nächsten Serie neue Hupen freizuschalten, die sich eben um das Thema Weihnachten drehen, aber ja, das eben wie gesagt nur als Ergänzung, ich glaube die Freudenstürme dürften sich hierbei in Grenzen halten, zumal es ja doch einige wichtigere Dinge aktuell zu beheben gibt. Ein nettes Feature bekommt übrigens der zurückkehrende Lamborghini Gallardo Performante, denn dieser wird nämlich als Spider auch gebürtig im Spiel integriert. Es gibt die Möglichkeit in der Freifahrt zwischen offenem und geschlossenen Verdeck wechseln zu können. Wer sich übrigens an dieser Stelle noch an das Feature Eislaufstadion erinnern kann, das wird ebenfalls ein wichtiger Part sein in der Serie 2, denn tatsächlich wird es so sein, dass die Rasenfläche des Stadions in der Winterzeit zu einer Eisfläche wird und darauf gibt es sogar dann ein Eishockeyfeld, auf dem ihr nämlich spielen könnt. Das Ganze ist natürlich dementsprechend eine rutschige Angelegenheit, wie man im Stream sehen konnte und daher natürlich auch perfekt für Drifts geeignet. Allerdings wird es auch spezielle Auszeichnungen geben, die ihr absolvieren könnt innerhalb des Stadions zur Winterzeit. Das waren hier alle Inhalte der Serie 2 und Serie 3 in Forza Horizon 5, also die nächsten 8 Wochen Spielzeit sind damit erstmal gefüllt. Ich hoffe, wir sehen uns auch am Donnerstag wieder, denn dort starten wir gemeinsam in die Serie 2 und der ersten Jahreszeit hinein mit der Forza Wochen Ausgabe und natürlich ausführlich allen Infos zur aktuellen Saison. Ich bedanke mich bei dir vielmals fürs Zuschauen, hoffe du hast den Kanal abonniert und wünsche dir nun viel Spaß beim Zocken. Mach's gut. Ciao.